Hallo, Willkommen zur nächsten Folge von Trivia. Ähm, wir gehen hier runter, ähm, nein nicht da runter, da runter, da drüben, da hoch, genau. Weil wir müssen noch ein bisschen leveln und dazu geh ich jetzt. Ja, leider ist hier schon einer. Wir sind am leveln heute morgen früh, nein. Okay, was ist das? Ein Flügel. Ich werde kurz ein bisschen essen. Die kann ich jetzt reinziehen. Bringen die was? Hm. Ja. Mal schauen, ob die was bringen. Was machen denn die hier? Die machen ganz viel Müll. Shit. Nicht schlecht. Also wahrscheinlich sind wir die Profi-Leute hier am arbeiten. Und irgendwie war es Farmen. Ich weiß nicht, was die Farmen oder... Ich glaube kaum, dass die noch leveln können. Kann man den angreifen. Nein, wir nicht alle kommen. Ja, toll. Und hier komme ich nicht entlang, oder was? Ja, toll. Dann triff doch. Ja, du triffst jetzt, genau. Den anderen konnte ich fast nicht angreifen. So, komm noch ein bisschen. Nein, jetzt kommt schon der Nächste. Okay. Wieso schießt du jetzt dorthin? Hä, was ist denn los? Also bitte. Jetzt kommt plötzlich ein Monster. So… Swamping-wood… Feile… 還 trickleut… Klang толп... ... Und was ist das? Swamping Moss. Also nichts für mich. Ist das eine große Haltung? Ich muss hier Heil pushen. Okay, F1 ist Haltung. Jetzt ist es endlich getroffen. Also ich muss noch ein bisschen zerwerden. Das sieht so aus. Aber das kann man wahrscheinlich erst in der Hauptinsel. Nein, ich will nicht sterben. So. Ah, jetzt kommen noch zwei Vögel. Ich muss mal hoch. Wieso sind hier so Steine? Ah nein, das sind gar keine Steine. Das sind Leichen. Aber es ist schon ein bisschen blöd, dass man fast nicht draufkommt. So. Die Pfeile noch aufsammeln. Ja, ich habe leider nur noch 63. Ich hole noch kurz. So. Wieso steckt der Heidrank nicht? Das ist ein anderer Heidrank. Ja, okay. Wahrscheinlich bekommt man mehr Lagerraum, also mehr Gewicht kann man tragen für mehr Items. Weil jetzt momentan ist es schon sehr begrenzt noch. Mal kurz den Start. Sonst scheinen Level 6, fast Level 7. Ja, dann trinke ich doch den kurz. Ja, Treffniskunst, ja. Irgendwie in Level 24. Ja, ist das selber ein bisschen. Jetzt. Okay. War nicht da am Ser. Eigentlich will ich ja Pfeile holen, aber wenn ich die ganze Pfeile muss verbrauchen. Ja. Genau, es ist das selber. Es gab einen grossen Sprung. So. Ich mache den doch an. So schauen, wie viel das der bringt. Sonst gehe ich wieder runter. So. Ja, leider sehr wenig. Hm. Ja, selben looten muss ich jetzt gerade nichts. Ich muss hier Pfeile kurz einsammeln. Gehe ich mal nach oben. Das ist ein gutes Schild oder so. Ich hoffe, es ist gut. Ja. Ja, toll, jetzt haben sie mich. Wieso kommen jetzt schon so viele Gegner. Das ist unerhörlich. Unerhörlich. Also nach oben. Keine Chance. Muss ich jetzt sterben? Nicht im Ernst, oder? Was ist denn das für ein Spiel? Was ist das für eine KI? Wie können die mich schon sehen? Ja, ich kann nicht ausweichen denen. Sie werden mich wieder festnageln. Sie werden mich wieder festnageln. Ja. Keine Chance. Also, jetzt seht ihr mal wieder den Toad. Also, wie bitte soll ich denen ausweichen? Also, wie soll ich denen nicht kundmachen, dass ich hier, dass ich da bin, oder so? Ja. Bisschen Level verloren. Also, das ist wirklich nix dort. Ähm, ich wollte ja den Backbeat aufmachen, ja. Also, das ist unmöglich. Die anderen machen leider auch nichts. Also, wenn die wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit hätten, hätten sie mir nicht helfen können. Aber wahrscheinlich sind es eben genauso die schlechten Spieler wie bei den anderen MMO-ABGs, die einem nicht helfen. Oder gleich meinen, sie würden mich irgendwie schlecht tun, wenn sie mir nicht helfen. Also, ja, wenn ich mich einmischen würde und so. Ja, der ist lieber dort am Campen von mir aus. Also, ich gehe jetzt da nicht runter. Ich könnte hier in eine Höhle gehen. Und dort ein bisschen Leveln. Nein, ich will das... Rechtsklick. So, jetzt. Okay, der Servo lagt extrem. Ich kann gar nichts mehr machen. Wieso schaffen es die Gegner, mich eigentlich irgendwie einzukesseln? Ich muss noch einen Gang nach oben schauen. Und wo sind die bitte? Ja, der ist sogar ein Feind. Also, wenn es nicht schon schwer genug ist, muss es jetzt noch einen Boss haben. Oder was? Gebt mir doch endlich mal einen Gang nach oben. Gassacke. Okay, lasse ich mich ja töten. Wenn ihr nicht mir vorbeilassen wollt. Okay, ich habe es geschafft. Ja, ich überlege es mir noch, ob ich das Spiel weiterspielen soll. Weil, wenn es nur einer schaut und er nur sagt, es sei gut und die anderen nicht. Ja, ich weiß es leider nicht. Also, ich möchte es ja gerne, die Examodo weiterzeigen. Aha, okay, es muss nur braun sein. Es muss nicht so ein Ding sein. Ähm, jetzt sterbe ich da noch an Gift. Okay, ich bin kuriert. Gut. Puh, das Spiel hat mehr Stress als Path of Exide. Oh Gott. Ja, stressig, stressig. Ja, wie soll ich jetzt auf Level, ach komm, wie? Für ihn ist es ja eventuell leicht, aber für mich nicht, weil ich ja neu bin. Und wie kann man sich heilen lassen? Ja, lieber lecken. Ja, genau. Freeze, stun, build. Weil er mich geheilt hat. Gut, danke. Ja, okay, hau ab. Ähm, die machen das wahrscheinlich kostenlos. Also, wegen den Leveln machen die das einfach so, damit sie leveln. Ähm, soll ich bei den Goblins und bei den Spuckviechern trainieren? Oder ich gehe hier nochmals runter, aber level ja nur ganz am Anfang. Ich hoffe einfach, nachdem das Tutorial fertig ist, dass es besser wird, das Game. Ich hoffe es nur. Weil sonst macht mir wirklich keinen Spaß mehr. Ich habe immer noch zu viel gehört. Das schießt ja eigentlich so blaue Blasen, also so Kringeln. Und das ist ein Wurm, oder was ist es? So, 11 Gold Cains. Distanz Leveling auf 24. Hier kann man nicht vorbei. Also, Entwickel, macht mal bitte, dass man durch Büsche und so durchlaufen kann, sonst kann man durchgegnen. So. Ah, hier hoch gehe ich nicht, sonst spawnen wieder tausende Monster auf einmal. Und es leckt wieder. Was sind denn das für Hakel? Das liegt nicht an Fraps. Ich habe konstant 30 FPS, mehr geht gar nicht, wenn ich es limitiert habe. Ähm, ja. Oh, schöner Treffer. Ja, man levelt jetzt gut. Hier levelt man wieder gut. Das Fressen. Munch. Mushroom. Fliegenpilz. Ah, Fliegenpilz. Sternpilz. Was heißt Sternpilz auf Englisch? Stone Mushroom. Sternpilz. Sternpilz. Flying Mushroom. Flying Mushroom. Hallo? Ja, ich möchte gerne, dass du stirbst. Ja, ein bisschen Schaden bekommen. Komm, komm, komm. So. Arrows. Okay, ich müsste eigentlich wieder Arrows sammeln. Da vorne sind welche. Wow, mega viel. Weil die Leiche dort immer noch ist, wieso werden die eigentlich, sonst werden die Leichen eigentlich immer zu Skeletten und gehen dann weg, aber die zwei hier, die sind immer noch hier. Ja, die hat ja im Landesgetöne, das ist ja. Okay, noch 54, weil. Ja, erzielen wir wenigstens Level 7. Bald. Kann ich kurz schauen. Ähm. Okay. Noch 7 Minuten. Bis Video Ende. Ich werde jetzt das Ding nehmen und werde, weil ich jetzt hier bin, nochmals pflücken. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt alle Monster spawnen, weil ich muss hier mal zwei Pfeile, im Ernst. Okay, die sind wieder leichter. So, Level 7. Zwei Fisch. Zwei Fisch. Zwei Fisch. Ich will Fisch. Nein, du musst gar nicht hier kommen. Ich werde dich sofort reporten. Nein, du geht hier nicht. von wo habe ich jetzt diese okay, die hatte ich wahrscheinlich schon für geh jetzt bitte weg du bist so ein Idiot also wirklich, die schlimmsten Spieler ich werde jetzt die klauen ich klaue jetzt die jetzt kommt noch einer runter ihr könnt jetzt gerade hier nicht kämpfen er klaut die sogar okay, der hat mich nur angegriffen ja, er klaut sie okay Dankeschön, sehr nett was ist eigentlich das Swamping Mood okay, nur noch ja, ein Level ich bleibe jetzt einfach hier und warte tut mir leid, dass ich den gestohlen habe ob du bist hier so weit weg schreiben die nichts das sind wieder so Schweigspiele Schweigen ist manchmal Gold aber in einem Spiel ist Schweigen etwas Schlimmes oder auch ignorierend von Ding da war zum Beispiel bei Champions of Regnum wo ich lange gespielt habe die Spiele viel viel besser auch wenn sie da die ganze Zeit irgendwie Leveler gekillt haben und so es war einfach vor allem sozial, also vor allem beim Reden, Schreiben mit dem eigenen Königrechten so recht cool und das hat leider Tibia natürlich nicht wahrscheinlich kann man auch nicht sehr öffentlich reiten also wahrscheinlich nur von Gebiet zu Gebiet aber dass eben jetzt Spiele kommen die einfach das Bongebiet wegnehmen oder sonst irgendwelche Sachen finde ich eine Frechheit nicht lecken bitte so man levelt jetzt wieder wo muss ich jetzt dies machen also ich gehe mich mal heilen und ein paar Pfeile ich nehme hier mal ein paar Pfeile aber die sind wahrscheinlich eben nicht so gesteckt 77 auf der Hauptinsel müsste ich dann neue Pfeile oder eben in eine Trollhöhle gehen wo es Sperre gibt hat Xomo da mir gesagt Schade, dass man sich auch nicht heilen kann aber ich gehe mal hoch was das wisst für ein Buch das da zum Lesen einfach ja okay bei einer Höhle da ist ein Gefahren drin was machen eigentlich die Leute kann man irgendwie zu zum Trainingsinsel also zum Tutorial ja hier auf die Insel gehen und den Müll rausbringen oder was ist das irgendwie zum zum Müll entsorgen ja das geht natürlich wieder mit T und jetzt hat er gesagt irgendwas mit 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 rau und 100 Also muss ich doch dieses andere nehmen Also dieses andere Ich kann nicht genug äh 100 Yes Ja, dankeschön Immerhin kann ich jetzt wieder Gold einsammeln weil ich ja kein Geld ausgeben kann So Hey Mein Lens Okay Dann halt nicht Das ist auch wieder ein Spell Verkäufe Spellseller Das Spellseller So Ähm Ja Was steht Was ist jetzt eigentlich mit den Quests Show Also jetzt habe ich wieder keine Quests Okay Okay Dann mache ich halt das wieder mit den Quests Und nicht lecken Jetzt ist es wieder Wieder da Wieder da Was ist das? Kristallgummi Ich frage mich Wo die Das Zeug Sagen Ich will einfach mit Resquick sprechen Wieso geht's nicht? Kill Mache ich die Trolle Aha Ich habe es bekommen Das habe ich bekommen Es steht nichts Bestandeshaupt im Charakter Goblins Trolls Ja und jetzt? Also ich verstehe das nicht Sie sagt Ich habe es erledigt Und ja Ich habe 20 erledigt Das ist gut für Gut genug Gib mir nicht Keine neue Quest Gib mir keine Belohnung Gar nichts Danke dass du mir hier ein Troll Anschleppst Anschläppst Jetzt muss ich hier angreifen So Ah ich habe 50 Goldmünzen bekommen Okay Ähm das ist eigentlich mein Gebiet Aber ja Natürlich nicht so blöd Anschein Ich will stehlen Okay Die Bären hat er schon gefressen Die Bären hat er schon gefressen Und der Gegner wird auch abgewählt Fisch Fisch Asiaten Momentan 10 Stunden weiter Also es könnte Japan oder so sein Die jetzt 19 Uhr abends haben Und dann online sind Ja Und Pazif Ja da sind wenige Spiele Also Okay Ich werde jetzt noch kurz die Pfeile hier hin tun Genau Und sage Tschüss Bis zum nächsten Mal Und dann weiß ich wieder mehr Und Ja ich werde dann ungefähr so bis Hier hin leben Und dann mit euch das Level 8 machen Und dann muss ich glaube ich Rund oder hoch irgendwo hin Muss ich dann Und dann sprechen Okay Tschüssli Leute Bye Macht's gut